Schai Hoffmann für Crowdlove, heute von der Ethical Fashion Show, die im Rahmen der Fashion Week stattfindet. Und das hier sind Karma Classics, die haben wir unter fairen und nachhaltigen Bedingungen produziert. Und hier auf der Ethical Fashion Show sind wir auf der Suche nach richtig gutem Stoff, der modisch zu unserem Karma Classics passt. We're Mighty Good Undies, we're from Australia and from London and what makes Mighty Good Undies so special is, like your shoes, we are made from certified fair trade and organic materials, in our case cotton. And we also pair them with a one kilo carbon offset to make a contribution to addressing climate change. So one of the things that people don't realise about organic cotton is how soft it is and how beautiful it feels on the skin compared to conventional cotton. Okay, Hannah, it feels so soft. It's unbelievable. I'm feeling like a ballerina. Wir stellen seit 1928 Strümpfe her in Laar in Münsterland und produzieren vollstufig in Deutschland. Das ist heute eigentlich eher eine Seltenheit. Die meisten produzieren irgendwo in Bangladesch oder noch weiter. Aber wir machen wirklich alles vom Garen bis zum fertigen Produkt im Münsterland. Und wie sehen die Socken aus? Du hast uns was mitgebracht? Das wäre zum Beispiel ein Vollblühstocker aus diesem Material, aus reiner Wolle. Schön warm und voluminös und sehr bunt. Und ich muss sagen, sie fühlt sich hervorragend an. Ganz hervorragend passend auch zum Winter vor allen Dingen. Und natürlich frage ich mich immer, was zieht man untenrum an bei den fair und nachhaltigen Karma Classics? Man kann natürlich nichts anziehen, aber man kann auch die Allzeit-Klassiker Jeans anziehen. Und ich habe hier eine fair und nachhaltige Marke gefunden, Mud Jeans. Und die Janne steht neben mir. Erzähl doch mal ganz kurz, wo bin ich hier? Und wofür steht Mud Jeans eigentlich? Okay, Mud Jeans ist ein Amsterdam-based Startup. Und wir stehen für Circular Economy im Englischen, Kreislaufwirtschaft zu Deutsch. Heißt, wir produzieren nicht nur fair und nachhaltig, sondern recyceln und upcyceln, wie es so schön heißt. Unsere Jeans auch. Heißt, wir verkaufen sie weiter als Secondhand Jeans und geben sozusagen den Jeans, die wir machen, ein zweites Leben. Und Janne, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie findest du, steht mir die Mud Jeans? Der Hammer. Was, was? Der Hammer. Hast du das noch ein bisschen enthusiastischer sagen? Der Hammer. Mittlerweile sind wir weitergezogen und man muss nicht nur untenrum fresh aussehen, wie wir es gerade gesehen haben, sondern auch obenrum. Und für oben habe ich mir ein ganz besonderes Hemdchen ausgesucht. Ich trage ja sehr gerne Hemden und das sieht dann so aus. Ist ein bisschen Surferboy-mäßig, aber sieht ganz gut aus, finde ich, oder? Okay, cool. Well, we're Komodo. We are one of the pioneers of ethical fashion, we like to think. I started the business back in 88. It's named after a Komodo dragon that once tried to eat me. And we really grew up out of the acid house music movement. And it just seems sensible to us from the start to work with hemp and beginning of organic cotton and small family-run factories. It's just how we understood the business to work. And we try to just use the best fabrics we can find that are sustainable and give a good feeling. Hier auf der Ethical Fashion Show hatte ich hier schon ganz viel an. Eine Jeans, ein Hemd, Unterwäsche, Socken. Und die weiblichen Zuschauerinnen fragen sich doch bestimmt, was kann man denn zu den Karma Classics noch so kombinieren? Ich habe die Lösung gefunden. Zum Beispiel das. Ein Kleid. Also dein Kleid ist von Glimpse und wir passen ganz besonders gut zu euren Karma Classics, weil wir nicht nur in Indien produzieren, sondern auch noch einen sozialen Hintergrund haben. Nämlich die Klamotten werden von ehemaligen Prostituierten geschneidert. Das heißt, Umsätze, die ihr generiert, gehen zu einem Prozentanteil, einem gewissen Prozentanteil in diese Projekte. So ist es. Ihr Lieben, das war es von der Ethical Fashion Show in Berlin, die zweimal im Jahr im Rahmen der Fashion Week stattfindet. Über 160 Aussteller präsentieren sich hier aus diversen Ländern, farbenfroh und mit modernen Schnitten. Und das ist hier der Beweis, dass man ohne Abstriche zu machen, sich fair und nachhaltig kleiden kann. Deswegen kommt vorbei, Ethical Fashion Show in Berlin. Und wenn ihr euch fragt, diese Karma Classics will ich auch haben, dann habt ihr die Chance. Denn wir verlosen diese Karma Classics unter allen Teiler und Teilerinnen dieses Videos. Fleißig teilen und dann könnt ihr euch fünf Farben aussuchen in der Größe von 36 bis 46. Alle Infos auf www.karma-classics.de. Wir freuen uns. Danke, Scheihoffern für Crowdlove. Adieu. Wir freuen uns.